Hallo zu einem wunderschönen neuen Freitag! Ähm, ja, wir haben das Level 21 nach einer kompletten Folge geschafft. Ich weiß nicht, wann die Folge noch geworden ist, denn ich bin auch anders in der Aufnahmesession. Ähm, auf jeden Fall, wir sind jetzt in Level 22 und ich kriege jetzt schon wieder die Faxen. Ähm, ich hab schon wieder keine Faxen. Keine Ahnung, wie ich das fahren soll. Aber... Wir versuchen es einfach mal. Ähm... Guck doch mal. Okay. Idee gut, Umsetzung und Fehlgeschlagen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 UNTERTITELUNG 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 Das war's für heute. Das passt mal fast, weil das passt fast. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Lösung liegt bei uns auf der Hand. Sie liegt auf der Hand. Sie liegt wirklich auf der Hand, ne? Ja. Das passt. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Okay, Leute. Ich weiß, ich bin jetzt nicht ruhig auf den Boden konzentriert. Okay. Das war's für heute. 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 Unglaublich, unglaublich. Wären echt immer komplizierter, diese Schlaffflugnebel. Aber wir haben's ja im Endeffekt. Wir wissen ja, wie die Kugel läuft. Nur ist das komplett schwierig, das Timing des Ganzen zu machen. So find ich es zumindest. Das ist jetzt nicht von so wenig. Ich knippe dann, glaube ich, aus. Ich bin jetzt hier. Also einmal drücken ausmachen, ne? Heute ist es nicht mehr normal. Jetzt ist es nicht mehr so, dass wir die Fluss mit dem Fluss schlagen. Das ist nicht mehr so, dass wir uns mit Fluss aufpassen. Wir müssen uns mit Fluss aufpassen. Wir müssen uns mit Fluss aufpassen. Unfassbare Sachen, sag ich mal. Ich mach jetzt hier nur die Millimeterarbeit. Ich bin gestorben, ich bin gestorben. Und jetzt funktioniert es wieder nicht so wie eben, es ist doch immer dasselbe hier. Ich lepp aus Leute, dass ich zweimal das gleichlaufen kann, so dass man es schafft, ist ja auch zu viel verleimt. Ich lepp aus Leute, dass ich nicht so wie eben, es ist ja auch zu viel verleimt. Ich lepp aus Leute, dass ich nicht so wie eben, es ist ja auch zu viel verleimt. Ich lepp aus Leute, dass ich nicht so wie eben, es ist ja auch zu viel verleimt. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal hintereinander geschafft, das gleichlaufen. So, packt er den da rein? Ist er zu weit geflogen? Unfassbar Leute, unfassbar! Komm schon! So, wir haben das Level geschafft, ich will euch nicht überfordern. Wir machen eine kurze Aufnahmepause hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Level 24 wieder. Das seht ihr schon, es geht gleich. In der Zwischenzeit machen wir schon mal dicke Backen und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder. Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn! Bis denn!